Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Corona macht vielen Menschen Angst, vor allem seitdem von Langzeitfolgen die Rede ist. Aber auch Angst macht ja krank. Habe ich denn jetzt Corona-Langzeitfolgen oder ist es nur die Angst davor? Und wie komme ich aus dieser Schleife wieder raus? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Götz Broscheid. Er ist Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Broscheid. Sehr gerne. Worüber klagen Ihre Patienten genau, wenn sie zu Ihnen kommen? Eigentlich, wenn Sie an die Corona-Patienten denken oder Post-Corona-Patienten, klagen Sie im Endeffekt über die gleichen Beschwerden, die alle anderen Patienten im Schwerpunkt auch haben und die wir Menschen heute haben, wenn wir in irgendeiner Form gesundheitlich, psychisch wie körperlich überfordert sind, nämlich Erschöpfung, Erschöpfungssyndrome und Ängste. Das sind letztlich die Hauptbeschwerden, mit denen die Patienten kommen. Und dann kommt noch eine kleine Gruppe von diversen irritierenden körperlichen Beschwerden hinzu, Magen-Darm-Problemen, Schwindel und Schlafstörung. Ja, nun kommen Sie ja zu Ihnen als Psychosomatiker, sage ich jetzt mal. Das heißt, Sie haben dann schon den Hausarzt hinter sich, der nichts gefunden hat, im Magen-Darm-Bereich zum Beispiel oder im Innenohr und so weiter? Ja, und das Besondere ist, das verändert sich. Früher war es genauso, wie Sie es beschreiben. Man hat zunächst alles körperlich durchuntersucht und wenn man nichts gefunden hat, dann muss es wohl psychisch sein. Und dann hat es auch immer das Geschmäckle gehabt von Einbildung. Und heute ist es so, und das sind die Patienten, die zu uns kommen, das sind Menschen, die frühzeitig sagen, ich will auf beiden Ebenen behandelt werden. Ich möchte also nicht erst gucken, ob irgendwas Körperliches ist, sondern wenn ich nichts Akutkörperliches habe, etwas, was sofortige Krankenhausbehandlung verlangt, möchte ich, dass beide Bereiche zusammen behandelt werden. Das heißt, ich möchte eine Behandlung meiner körperlichen Schwächen, Einschränkungen, Atemnot, Muskelabbau, der durchs lange im Bett liegen zustande kam oder Ähnlichem. Und gleichzeitig möchte ich, dass psychische Aspekte berücksichtigt werden, denn es gibt keine körperliche Krisensituation ohne psychische Effekte. Ja, das heißt, ja. Wie es mir gesundheitlich geht, hat immer Auswirkungen darauf, wie ich mich fühle. Ja, das heißt, im Grunde genommen, wenn ich also mit, also angenommen, ich hätte tatsächlich körperliche Erschöpfungsgründe, weil ich eine Krankheit erst einige Zeit hinter mir habe und die Krankheit wäre unter Umständen eine schwere Covid-Erkrankung gewesen, dann wäre das ja eine körperlich messbare Sache, aber ich wäre dann mit relativer Wahrscheinlichkeit auch deprimiert? Also so zum Beispiel zusammen? Ja, so zusammen, aber nicht grundsätzlich, nicht zwingend. Und deshalb ist immer das Schwierige, wenn man auch gefragt wird, braucht jetzt jeder Patient, der noch Symptome nach vier Wochen, als Beispiel nach einer Covid-Erkrankung hat, braucht er immer grundsätzlich eine psychosomatische Behandlung? Nein, natürlich nicht. Wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel, ich fühle mich körperlich noch schwach und schlecht, habe eine Idee, wie mein Training aussehen kann, wie ich da über die nächsten Wochen und Monate rauskomme und dann verfolge ich das und komme damit zurecht, dann wird das funktionieren. Trotzdem wird dieser Betreffende auch in der Zeit der Krankheit eher ein depressiveres, ein gedämpftes Stimmungsbild gehabt haben. Niemand liegt lachend im Bett mit einer Grippe. So, wenn ich aber merke, ach, ich hatte eh nicht so ein tolles Jahr, Jobsituation ist schwierig, was auch immer, und dann schlägt da noch Covid rein. Es reden sowieso alle drüber. Es ist sehr aufgeladen, das Thema. Und dann spüre ich, die Erschöpfung verschwindet nicht und ahne selber, ich sollte auch diesen Aspekt berücksichtigen. Dann geht es darum, dass ich selber entscheide. Eine reine Sporttherapie als Beispiel reicht nicht aus. Zum Beispiel sonst vielleicht eine Gesprächstherapie dann dazu. Wir reden ja gleich noch darüber, wie Sie denn dann helfen können. Aber ich versuche mir noch gerade vorzustellen, wie merke ich denn, dass ich zu Ihnen kommen sollte? Also Sie sagten ja Erschöpfung, ja. Sie sagten vielleicht auch Angst. Heißt das dann schon, dass ich mich nicht mehr vor die Tür traue? Also erst mal ist es wichtig, und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, nicht zu voreilig. Man muss sich selbst vertrauen, Hilfe zu Selbsthilfe, im Sinne von ruhig erst mal ein paar Dinge ausprobieren. Es gibt immer Patienten, die kommen und sagen, ach, hätte ich mich vor einem halben Jahr doch schon gemeldet, jetzt komme ich viel zu spät und jetzt ist der Verlauf viel schlimmer. So ist es nicht. Das heißt, erst mal geht es darum zu überprüfen, was kann ich denn selber tatsächlich tun, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich probiere meine üblichen Strategien aus, die ich früher im Leben auch angewandt habe. Frag vielleicht ein paar Freunde, hol mir Tipps aus dem Internet oder wie auch immer. Jetzt merke ich, das funktioniert irgendwie nicht. Woran merke ich das zum Beispiel? Das ist die kleine Schwäche von uns Menschen. Wir sind perfekte Selbstbetrüger. Das heißt, ich als Mann zum Beispiel sage, ich habe keine Angst. Jeder andere sieht vielleicht, dass ich nervös bin, aber es passt nicht zu meinem Selbstbild. Und das Gleiche gilt für diese Beschwerden. Wenn ich nicht so schnell auf die Beine komme, denke ich, ach, ich kann doch nicht so ein Schwächling sein, der jetzt Long Covid hat. Das muss ich selber überprüfen. Wenn ich also Hinweise für ein Vermeidungsverhalten entdecke, also wenn ich Dinge ausweiche, die ich früher gern gemacht habe und gut gemacht habe, wenn ich nicht mehr so viele Freunde treffe, wenn ich bestimmte Unternehmungen nicht mache, wenn ich die Treppe vermeide und immer Fahrstuhl fahre, weil ich Sorge habe, ich komme die Treppe nicht mehr so gut hoch, dann ist das ein Signal, zumindest mal nachzudenken, ob das gut ist, was sich da entwickelt. Denn wenn ich dann nichts tue, führen diese Schwierigkeiten immer zu einer kleiner werdenden Welt. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich eine Verengung fühle von meinem Alltag, dafür braucht es aber eine Zeit, um diese Verengung zu fühlen. Das tut man ja nicht erst schon nach zwei Wochen. Das ist richtig. Sondern das muss ja schon ein paar Monate so gegangen sein. Mit welchem Ziel behandeln Sie denn? Es ist ja nicht so, dass ein Schmerz aufhören soll oder dass ein Knochen zusammenwächst. Was ist das Ziel von der Behandlung bei Ihnen? Das mag ich so an meiner Tätigkeit. Ich habe ja früher eher in der Notfallmedizin gearbeitet, wo es so ganz klare Vorstellungen gibt, klare Algorithmen, was wann in welcher Situation zu tun ist. Und ich auch genau weiß, wenn jemand kommt, mit Atemnot will ich ihn davon abhalten, zu ersticken und wieder Luft zu kriegen. Bei unserem Patienten ist es so, dass wir eigentlich das Gemeinsame erarbeiten müssen, wenn man es ganz konsequent sagt. Man muss sich zusammensetzen und sagen, was ist das Ziel? Wo wollen Sie hin? Denn manchmal kommen Menschen mit Zielen, die nicht realistisch oder nicht erreichbar sind, wo man als Behandler sagen muss, also typisches Ziel, ich will, dass wieder alles so ist wie vorher. Es ist nie alles so wie vorher. Wenn ich Covid gehabt habe, bin ich jemand, der Covid gehabt hat. Diese Erfahrung prägt mich. Was immer das mit mir macht, ob das einen Schäden hinterlässt oder auch nicht an meiner Lunge, also das ist das, was die Behandlung in der Psychosomatik ausmacht. Wir sitzen zusammen, nehmen uns Zeit und überlegen, wo soll es hingehen. Und wenn derjenige zum Beispiel sagt, ich will vor allem mich wieder was trauen und diese ständigen Sorgen machen mir Schwierigkeiten, dann wird das der Hauptfokus sein. Ein anderer kommt vielleicht vor allem leidend unter Schlafstörungen und diesem Aspekt und dann fokussiert man das eher. Also das muss man miteinander tatsächlich erarbeiten, wie auch den Weg dahin dann. Vielleicht auch damit umgehen zu können, dass es um eine Krankheit geht, die nicht so erforscht ist. Und dass man deshalb noch eine Unsicherheit in der Unsicherheit sozusagen hat, nicht nur in Bezug auf sich selbst. Ja, Sie merken es ja daran. Ein Teil derer, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen, sind besorgt über das, was hat das für Konsequenzen, weil wir noch nicht so lange Erfahrung damit haben. Das war schon bei den Pocken dabei so. Das ist bei allen Dingen so. Es gibt Bedenken und Befürchtungen und der wesentliche Teil unserer Arbeit ist, das zu berücksichtigen. Wo steht jemand? Was macht er sich für Sorgen? Und dann die Möglichkeit zu haben, sich dann auszuprobieren und zu gucken, sind die Sorgen berechtigt? Das muss ich ja überprüfen können. Wenn ich das nicht überprüfen kann, dann bleiben diese Ängste in mir. Damit wären wir ja in der Therapie. Also, was erwartet mich bei Ihnen? Sind das Einzelgespräche und Gruppengespräche? Unter anderem. Also, das, was sich hinter dem Begriff psychosomatische Komplextherapie, so wie man es fachlich nennt, verbirgt, ein bisschen hochtrabend, heißt nicht mehr, als dass ich auf verschiedene Art und Weise mich mit mir, mit meiner Situation und anderen auseinandersetze. Das sind Einzelgespräche, die man führt, um genau diese Gedanken sich zu machen. Das sind Gruppengespräche, wo ich mit anderen diskutiere und spreche, die ähnliche Situationen haben und mich aber auch erleben kann mit anderen. Was sind Stärken und Schwächen, die ich habe? Und es ist vor allem auch im nicht nur klassisch sprechenden Bereich sind die nonverbalen Therapien oder Kreativtherapien, in Selbsterfahrung, in Form von, also wir könnten zum Beispiel im Gespräch miteinander darüber reden, welche Nähe Sie angenehm finden zu anderen Menschen, also welche Abstand, die wir sitzen, Sie gut finden, da können wir drittisch drüber sprechen. In der Körpertherapie und Bewegungstherapie, meinetwegen, könnten Sie es ausprobieren. Und das ist was völlig anderes zu fühlen. Und man wird auch überrascht von anderen Empfindungen. Also man erprobt, das ist wichtig für die, Therapie auch bei Covid. Man erprobt seinen Körper in verschiedenen Situationen und erlebt sich und kann dann auch gucken, also übt sozusagen auch Sachen, die man machen möchte, experimentiert. Wir nennen das immer, also am Anfang steht das Erkennen und dann kommt natürlich das Experimentieren und Ausprobieren. Das heißt schon Belastungssport, schon zu gucken, wann fängt das Herz an zu klopfen? Nicht gleich am Anfang. Also wichtig ist nicht zu, nicht rein handlungsorientiert zu arbeiten. Dann fällt das Nachdenken so schwer. Man muss eine ganz gute Mischung hinkriegen. Aber zu dem Thema im weitesten Sinne Krankheitsverarbeitung, auch bei Covid gehört dann auch die Belastung zu testen. Das kann am Anfang ein Treppensteigen sein, auch ein regelmäßiges. Das kann am Anfang dann auch ein ganz milder Ausdauersport sein, auf dem Fahrradergometer oder vielleicht auch nur ein leichter Spaziergang an der frischen Luft, irgendwann mit Stöcken. Es geht nicht so sehr, jemanden irgendwo hinzutrainieren, sondern verschiedene Dinge auszuprobieren und dann auch selber immer wieder Entscheidungen treffen zu können, was möchte ich machen, womit fühle ich mich wohl. Ist das ein stationärer Aufenthalt? Nicht zwingend. Also inwieweit man in einem ambulanten Rahmen, einem tagesklinischen Rahmen, also fünfmal die Woche von 9 bis 16 Uhr, also als würde man arbeiten gehen, oder einen vollstationären Rahmen braucht, hängt ein bisschen von der Schwere der Symptomatik und den Einschränkungen ab. Wenn ich im häuslichen Rahmen durch mein Beschwerdebild so eingeschränkt bin, dass das Zuhause sein eine hohe Belastung ist, durch den Haushalt, den ich machen muss, durch die Selbstversorgung, dann macht es Sinn, eher im vollstationären Rahmen diese ersten Erfahrungen zu machen. Wenn ich dort aber gut zurechtkomme und gut eingebunden bin, dann arbeiten wir eher tagesklinisch und wenn die Beschwerden nicht so stark sind, dann muss man gucken, was sich im ambulanten Rahmen davon machen lässt. Das ist aber schwer, weil eine reine Psychotherapie meist nicht ausreicht, sondern man eben diese Körpererfahrung braucht und das muss man dann selber ein bisschen kombinieren. Da gibt es, wir bauen das zwar im Moment auf, aber in diese psychosomatischen Institutsambulanzen gibt es noch nicht so viel. Das ist gerade vom Gesetzgeber neu geschaffen, dass man das auch ambulant anbieten kann. Was Sie aber haben, ist eine Spezialstation Krankheitsverarbeitung, auf der ich mich dann befinden kann. Also schon vor Long-Covid zu sagen, denn körperliche Erkrankungen gibt es natürlich auch schon lange und wir haben einmal eine Spezialstation dafür und einmal eine Spezialgruppe in der Tagesklinik, in der es genau um diese Fragestellung geht, wie komme ich zurecht mit den körperlichen Erkrankungen, die ich habe und die Kunst. Es gibt einen schönen Spruch dazu, den ich jetzt nicht zitieren kann, aber dass es ja wirklich um die Weisheit geht, zu wissen, was kann ich nicht verändern, womit muss ich lernen zu leben und was kann ich ändern und dann den Mut auch zu haben, das auszuprobieren. Und darum geht es so ein bisschen. Da sind Menschen mit Herzerkrankungen, mit chronischen Erkrankungen natürlich immer, Multiple Sklerose, was es alles gibt, Parkinson, wie komme ich damit zurecht, was macht das mit mir und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Was bietet mir das Leben noch, was möchte ich ausprobieren? Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!